Öffnen Sie das SoClean-Gerät, damit Sie das Innere der Kammer sehen können. Entfernen Sie den alten Filter, indem Sie ihn nach oben ziehen. Sie können den alten Filter im Restmüll entsorgen. Entfernen Sie die Schutzfolie und das Klebeband vom neuen Filter. Es können sich schwarze Partikel auf dem Filter oder Ihren Händen befinden. Das ist eine vollkommen normale Absetzung während des Versands und kann einfach weggewischt werden. Setzen Sie den neuen Filter in das SoClean-Gerät ein. Halten Sie das Gehäuse des Sperrventils fest und entfernen Sie die Schläuche. Eine Drehbewegung kann erforderlich sein. Führen Sie diesen Schritt erneut auf der anderen Seite durch. Die Richtung des neuen Sperrventils ist sehr wichtig. Das SoClean-Gerät funktioniert nicht, wenn die falsche Seite montiert wurde. Das Ende des neuen Sperrventils verfügt über ein Etikett mit zwei Pfeilen, die auf Ihre Ausrüstung zeigen sollten. Nehmen Sie das Gehäuse und schieben Sie das Schlauchende so weit wie möglich hinein. Der Schlauch sollte das Gehäuse des Sperrventils fast berühren. Führen Sie diesen Schritt auch auf der anderen Seite des Sperrventils durch. Setzen Sie das SoClean-Gerät erst dann zurück, wenn die Filterkartusche und das Sperrventil wieder eingebaut wurden. Halten Sie die Manual- und Sanduhrtaste gleichzeitig gedrückt, bis das Display ein lächelndes Gesicht anzeigt. Das bedeutet, dass das Zurücksetzen erfolgreich war und das SoClean-Gerät einsatzbereit ist. Kontaktieren Sie uns. Besuchen Sie soclean.com Rufen Sie uns an 866 501 3705 E-Mail support at soclean.com